Kann es losgehen? Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Jugend liegt mir sehr am Herzen, wie Sie vielleicht schon wissen. Das Abi muss finanziert werden. Damit wir den 12er-Kursen ein bisschen unter die Arme mit dem Abi-Ball helfen können. Das Geld kommt dann irgendwann der Abi-Feier auch zugute. Warum in Zeiten niedriger Zinsen sein Geld einfach sparen? Ja, reiche Männer brauchen wir. Was gibt es nicht Schöneres, als einfach sein Geld auszugeben? Also, ihr lieben Schüler. 28. Februar. Am 28.02. Am 28.02. Am 28.02. Am 28.02. Am 28.02. Im Megatron. 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 Finanzierungsparty. ABI Finanzierungsfeier. Abitur Finanzierungsfeier. ABI Finanzierungsfeier. ABI Finanzierungsfeier. ABI Finanzierungsfeier. Die wird so toll, ich würde am liebsten selber gehen. Ich gehe da zwar immerhin ins Megafit, aber das Megatron ist daneben. Es wird lustig. Keiner stürzt ab. ABI Finanzierungsfeier geht ab. Tja, also die heutige Jugend, die kann ja nicht so richtig feiern. Aber kommt trotzdem alle mal vorbei. Feiert schön. Für alle Schüler, die keine Drogen nehmen. Nur der Physikleistungskurs kann ausrechnen, wie weit müsst ihr vom Dachdruck weg sein. Das müsst ihr erleben. Also, wer nicht hingeht, ist ein Vollpfosten. AFF. Abitur-Finanzierungs-Feier. Bring ein bisschen Kleingeld mit. Dankeschön. Jonglieren war ein guter Einfach. Oder, okay, noch dieses extra. Das ist ja auch schick. Ja, das ist ja auch schick. Habt ihr das berechnet, Mann? Nee, haben wir gesagt, mach doch noch was zum Abi. Abi-Finanzierungs-Feier. Das machen wir weg. Lass das bloß nicht drin.